Was liegt an? Ich bereite die Halse vor. Ich stacke schon mal. Die Halse, die Halse, die Halse. So, wie ist es aus? Grund zum Feuern? Ja, wir werden heute Nacht den Wendekreis des Dinebox, wahrscheinlich ich gehe falsch, des Krebses, des Krebses übersegeln. Das ist der nördliche Sonnenwendekreis, um das so ein bisschen propane auszudrücken. Das ist der Punkt, an dem die Sonne genau einmal im Jahr im Zenit steht. Gut. Und deswegen rauchen wir eine von den schönen Zigarren von Erich.